hallo ihr motorrad verrückten wir haben uns heute vorbereitet um den vergaser der ducati 600 ss zu filmen zerlegen und montieren wenn das für dich ein spannendes thema ist dann bleibt dran am kanal lass schon mal ein abo da dann verpasst du den start dieser videos nicht ja bis es soweit ist wünsche ich dir viel erfolg beim schrauben viel spaß bei deinem projekt bis zum nächsten video